Was geht ab liebe Kampfsportfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NotamMA. Israel Adesanya und Alex Pereira sind zusammen in Australien und nicht nur in Australien, sondern in Melbourne bei der gleichen Action gewesen. Und zwar fand dort ein Box-Event statt, dort war ebenfalls Tyson Fury am Start und ja, viele, viele Leute gehen jetzt davon aus, dass ein Alex Pereira und Adesanya sogar in Melbourne respektvoll aufeinandertreffen und miteinander trainieren, Freunde. Wie geisteskrank wäre das denn bitte? Es wäre einfach nur verrückt, die beiden einfach zu sehen. Es sind jetzt keine direkten Bilder mit ihm aufgetaucht, ja, so dass man jetzt gesehen hat irgendwie, Adesanya trainiert jetzt schon mit Pereira zusammen oder sonst irgendwas. Aber die Spekulationen laufen. Warum ist das der Fall? Weil Alex Pereira jetzt im Light Heavyweight keinen direkten Fight bekommen hat im Titelrennen, ja. Er hat jetzt einfach einen Kampf gegen einen Jan Blachowitsch bekommen und dieser wird am 29. Juli stattfinden. Ja, das bedeutet in zwei Monaten von heute an. Und das ist ein krasser Fight. Wir werden sehen, wie ein Alex Pereira kämpft, wenn er keinen harten Weightcut ins Mittegewicht macht. Weil wenn man einem Pereira gegenüber Heavyweights hinstellt und ja, wirklich einfach die beiden mal miteinander vergleicht. Wir haben es bei einem Fury gesehen, die beiden sind fucking gleich groß. Ja, gebt euch das mal. Pereira ist wirklich ein legitimes Heavyweight, wenn er will, wenn er nochmal ein bisschen bulken würde. Aber ich würde sagen, dass ein Pereira ungefähr die gleiche Ästhetik, die gleiche Physik wie ein Deontay Wilder hat. Und von der Power her könnte man die beiden auch schon ähnlich gegenüberstellen. Ich glaube, Wilder ist natürlich einfach durch das jahrelange, explizite Boxen einfach nochmal ein bisschen höher gerankt mit der Power her. Aber Pereira, sein linker Haken, ist einfach tödlich. Das wissen wir auf jeden Fall. Und ja, Adesanya und Pereira haben eine extrem lange Fede, die einfach schon vor 5, 6 Jahren angefangen hat. Und jetzt treffen sie aufeinander. Adesanya hat den letzten Fight gewonnen. Die beiden waren danach auf Social Media nicht nett aufeinander getrimmt. Adesanya hat immer wieder gegen den Sohn geschossen von Pereira. Und Pereira sagte, ey, wenn du weiterschießt, machen wir das Rematch direkt im Mittelgewicht. Ich könnte das auch machen. Die UFC will Pereira aber im Halbschwergewicht. Adesanya hat einen Kampf angesetzt bekommen für den späten Sommer. Und da vermuten jetzt sehr, sehr viele Leute, dass Adesanya gegen Hill kämpfen wird. Das ist momentan der Champion im Halbschwergewicht. Dann könnte Adesanya gegen Hill den Titel holen, wenn er gewinnen sollte. Und Pereira besiegt im Traum der UFC einen Blachowitsch. Und man könnte die Trilogie von Adesanya gegen Pereira verdammt nochmal im Halbschwergewicht auf die Beine stellen. Das heißt, Adesanya gewinnt den Titel, hat zwei Titel in der UFC. Und man macht die Trilogie Adesanya-Pereira. Wäre geisteskrank. Schreibt mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Lasst ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal hier bei No Time in May.